Hoher Rat! Ich bringe einen gefallenen Helden. Bis alle eins sind. Die Lage ist verzweifelt. Die Autobots brauchen eure Führung. Der Rat existiert nur, um die Primes auszuwählen. Es ist Aufgabe der Primes zu leiten und zu schützen. Es gibt keine Primes. Sogar jetzt. Verweigerst du deine Ernennung? Zu lange haben wir mit angesehen, wie andere Primes Stolz und Macht verfielen. Aber du, Optimus, dein Mut und deine Weisheit haben das Leben um dich verändert. Megatron hat den innersten Kern deiner Welt infiziert. Du musst zum Kern reisen und dies bereinigen. Ein Fehlschlag ist unser aller Untergang. Ich nehme die Bürde auf mich. Mit allem, was ich bin. Erhebe dich, Optimus Prime. Denn du bist der Anführer der Autobots. Du bist der letzte Prime.